macht's halt leute was geht ab mein name ist uhr und willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute starten wir das thema felgenreifen für den w221 ihr seht es hier im hintergrund schon eine amg felger der rest liegt noch da vorne im anderen auto ich bin gerade dabei das umzuladen ich bringe das morgen früh das ganze felgepaket den ganzen satz zum entlacken die felgen sind nackig wie man sieht ich zeige gleich noch nahaufnahmen von den felgen um die auch schön vergleichen zu können wie es dann vorher und nachher aussieht das hier ist noch eine von den felgen die am besten mit aussieht die hat nur naja einige leichte kratzer und auch keine starke sparen bildung es gab noch ein paar andere die deutlich stärkere sparen bildung haben das ganze verlage ich jetzt hier in den kombi die schönen verzuösen dem boden drin im kofferraum damit die felgen sich nicht selbstständig machen die will keiner gerne im nacken haben ja und jetzt verleide ich den ganzen scheiß erst mal moin leute neuer tag und ich habe das auto voller teile danke tom in der tat ich habe das auto voller teile und jetzt haben wir zum entlacken so da sind wir wieder eine woche später ich habe gerade die felgen abgeholt hier habe ich mal eine draufgelegt der rest liegt noch im kombi hinten drin die werden nämlich gleich direkt weitergebracht zur weiteren bearbeitung ich zeige euch aber einmal ganz kurz wie so eine entlackte felge also der reine aluguss aussieht also man man riecht sogar auch noch richtig das kann ich jetzt natürlich schlecht rüberbringen aber das riecht so ein ganz bisschen wie in einer größeren fabrik wo apfelsaft oder orangensaft hergestellt wird durch die beize das riecht man richtig so ein bisschen noch dieses beizmittel diese laube aber ich denke mal was man jetzt vor allem gut sehen kann ist hier wie schlimm eigentlich die kratzer sind also wir haben hier richtig tief also bestimmt zwei bis drei millimeter richtig mit grad überstand haben wir hier richtig dicke macken drin hier auch das geht also komplett einmal hier dran lang auf dem ganzen felgen außen ring verteilt ich denke mal das sollte man ganz gut sehen wie böse das eigentlich aussieht dementsprechend wird das jetzt auch noch metallisch nach bearbeitet das heißt mit einem sparen verfahren also entweder wird das gefräst oder es wird vielleicht geschliffen an den stellen wo es geht damit ja im prinzip das felgenmaul oder der felgenrand wieder sauber ist weil beim pulvern kann man das eben damit halt nicht verdecken und so sieht sieht halt die felge an sich aus man sieht halt hier innen drin das ist ganz normal die gussoberfläche die ist etwas rauer und dann sieht man hier die geplante und geschliffene fläche die halt im werk in der ursprünglichen felgenproduktion halt da schon gemacht wurde kann man ganz gut sehen eigentlich dass das hier eben einmal nach bearbeitet wurde von anfang an und eben ja geplant wurde alles kriegen jetzt die felgen weiter die werden jetzt bei der werkstatt meines vertrauens metallischen nach bearbeitet und dann geht es wieder weiter zur nächsten station da wird dann gepulvert und da sind wir wieder neuer tag beziehungsweise zwei tage später muss man sagen hat tatsächlich etwas schneller geklappt als ich dachte ich dachte erst es dauert ungefähr eine woche jetzt der mechanische nachbearbeitung schritt also die eigentliche metallarbeit die da jetzt noch erfolgt ist und ja hier sind wir wieder zwei tage später ich zeige euch jetzt einmal das zwischenergebnis also hier sieht man sehr gut das wurde natürlich hier also der der ring an sich der rand wurde abgeschliffen bei allen vier felgen zwei sind jetzt nur gerade im kombi ich habe die beiden hier mal ausgepackt damit man das ganz gut so einmal begutachten kann ich hoffe auf der kamera kommt das so schön rüber wie es ist man sieht halt es wurde sowohl der ring als auch der stern an sich also das innenteil bearbeitet hier sitzt natürlich alles noch unbehandelt das bedeutet blankes metall blankes aluminium deswegen sieht man hier auch noch die bearbeitungsspuren von den abtragenden verfahren beziehungsweise von den sparenden abtragungsverfahren ich bin mit dem ergebnis aber sehr zufrieden ich bin euch gleich auch noch mal ein paar bilder ein damit man ja den fortschritt hier sehen kann ihr habt auch eben gesehen wie schlimm eigentlich die felgen vorher aus sein also richtig mit nicht modellen sondern richtig grad fraß und so weiter und so fort und ich denke das ergebnis kann sich jetzt sehen lassen ich bringe jetzt die felgen gleich direkt zum pulvern das bedeutet der letzte bearbeitungsschritt steht jetzt an ich war gleich hin such mir ein schönes pulver aus mit einer entsprechenden klarlack versiegelung die da nachher noch drauf kommen denke ich mal ich weiß noch nicht genau ob es ein grau wird also es muss mindestens so schön sein natürlich wie vorher ist ja klar auch wenn das immer geschmackssache ist ich weiß auch nicht genau was ich nehme lasst euch mal überraschen bis dahin ja leute also wir haben jetzt ungefähr anderthalb wochen später ich habe kürzlich einen anruf gekriegt von meinem pulverbeschichterer dass die felgen soweit fertig sind aber ja das große aber mit dem hinweis dass bei einer felge wohl noch silikonverschmutzungen dran waren obwohl die felgen ja entlackt waren und die auch im vorfeld von dem pulverbeschichtungsprozess auch immer noch einmal gereinigt werden man weiß jetzt halt nicht genau wie das hingekommen ist die anderen drei felgen sind soweit in ordnung ich fahr jetzt dahin guck mir das an und entweder werden die felgen dann nochmal nachbearbeitet oder die felgen nehme ich dann mit gegen den entsprechenden preis nachlass oder 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 dann wird man sich dann bestimmt schon einig ich werde mir das ganze jetzt auf jeden fall erstmal angucken und dann werde ich euch gleich zeigen wie das ergebnis ist und wir sind zurück in meiner garage ich habe die felgen mitgenommen weil die eine felge die den mangel hat ich zeige euch den jetzt war nicht so dramatisch in meinen augen zumindest also habe ich den preis nachlass angenommen und habe das ganze mitgenommen damit das auto dann jetzt auch demnächst mal wieder fahrbereit ist also ich hoffe man kann das hier sehen überhaupt es gibt hier in dem innenring gibt es so leichte laufstellen da da und da ich hoffe man kann das irgendwie hier richtig sehen ist auf jeden fall auch nur entsprechend bei licht zu erkennen gerade ganz schön windig ich hoffe man versteht mich also ich muss sagen der mangel ist ja zwar erkennbar aber nicht weiter wild also mich stört er jetzt erstmal nicht deswegen die anderen drei felgen sind ja sowieso makellos deswegen ist das ganze jetzt auch für mich nicht so weiter dramatisch und die felgen werden jetzt einfach bezogen mit frischen reifen und dann geht es weiter ja der farbton ist jetzt ja auch gerade schon entsprechend gezeigt worden ich bin damit eigentlich ganz zufrieden ich bin mal gespannt wie es nachher aussieht direkt in kombination auf dem auto die felgen haben jetzt einen pu-lack also einen pu-klarlack der ist chemikalienbeständig und auch selbst für aggressive felgenreiniger und sowas gedacht und entsprechend auch so ein bisschen ja ein bisschen dreck abweisender und das pulver also dazu habe ich jetzt keinen direkten farbton man könnte jetzt natürlich noch herausfinden wie das jetzt genau heißt aber das ist auch eigentlich relativ egal das hat halt so leichten metallikeffekt so ist immer relativ nah an dem original farbton den die felgen vorher auch hatten so hier haben wir jetzt noch mal eine von den 300 prozent schönen intakten felgen das sieht schon richtig lecker aus muss ich sagen aber nachher wenn sie auf dem auto sind jetzt natürlich noch mal um einiges geiler so leute es ist vollbracht geld gut investiert wie ein bekannter sprechgesangsartist aus solchland eins sagte S-klasse hier ich bin ruiniert um den rein zu vollenden also felgen sind wieder da reifen sind drauf und jetzt hier das endergebnis ich bin damit sehr zufrieden so viel schon mal vorweg aber ich zeige es euch jetzt mal das hier ist das endergebnis hier ist noch so ein bisschen flutschi flutschi drauf vom reifen aufziehen wir gehen hier einmal rum so sieht das ganze aus man hört hier noch ein bisschen das pfeifen vom luftfahrwerk was sich gerade ein bisschen neu nivelliert ja hier sind jetzt winterreifen drauf doch keine ganzjahresreifen weil es nämlich die ganzjahresreifen auf der hinterachse nicht gab die hinterachse bekommt nämlich 275 vorher waren da fälschlicherweise 255 drauf dementsprechend vorne 255 hinten 275 gab es nur als winterreifen und deshalb jetzt richtige winterpelle hier dieser reifen hier ist drauf 275 35 r20 102 w das ist ein hankook evo 3 wie man hier unschwer erkennen kann wie gesagt kann ganz jahresreifen winterreifen das einzige was jetzt hier noch fehlt sind neue radschrauben die sind nämlich mercedes typisch gerne am gammeln ist auf allen vier reifen so aber jetzt mal abgesehen davon das hier ist das endergebnis wie gesagt die reifen stehen jetzt genauso saftig wie vorher auch im radkasten also da hat sich nicht viel daran geändert hinten sogar noch ein bisschen stärker ich hoffe man sieht das hier gleich im profil einmal ich denke mal optisch jetzt abgesehen von den radschrauben passt das erstmal hier soweit und kann sich so sehen lassen das ist jetzt halt ein vollgrau nicht geschliffen die felgen also nicht nachschleifen lassen so wie das vorher standardmäßig war bei den amg felgen was ich jetzt noch gucken muss das hier hier war vorher das amg schild also das sind so kunststoff embleme kunststoffblenden die sind jetzt nicht wieder da reingekommen erstmal weil die einen anderen grauton haben die sind etwas dunkler als die felgen und ich wollte nicht dass das jetzt optisch irgendwie ganz komisch aussieht deswegen gucke ich erstmal ob ich noch andere embleme dafür finde in einer anderen farbe die besser passen und falls das nicht der fall ist das ist glaube ich so ohne das emblem ich weiß ja dass amg felgen sind und gut lesen konnte man das eh nicht hauptsache die ratten haben abdeckung mit mercedes ist da drauf und wenn ja wenn dann erstmal die neuen radschrauben drin sind dann sieht das auch wieder ein bisschen schicker aus und nicht mehr so rustig so die große frage ist jetzt natürlich noch was hat das ganze gekostet dazu gibt es noch mal ein separates video mit der kostenaufstellung wie es bereits angekündigt habe das kommen dann die nächsten tage irgendwann bis dahin liken teilen kommentieren und abonnieren nicht vergessen wenn es euch gefallen hat ich bin raus bis zum nächsten mal bleibt dran ciao bis zum nächsten mal 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 Vielen Dank.